nun ist das hochladen des videos auch schon abgeschlossen und wie ihr seht haben wir nun hier unser vorschaubild wir haben die information wie lange die aufzeichnung ging und nun können wir über die weiteren optionen wir schon seht mehr möglichkeiten durchführen wir können das in einer registerkarte umwandeln dann finden wir das hier oben und es gibt einen entsprechenden link dazu den wir uns hier einfach mal kopieren und auf dem wir dann zugreifen können wir können das ganze teilen und ob wir auf den link zugreifen oder das ganze in stream öffnen macht für uns persönlich keinen unterschied der bequemlichkeit halber und um es dann anderen personen zur verfügung zu stellen gibt es hier dann natürlich auch die möglichkeit das ganze mit dem link abzurufen wir öffnen das ganze einmal in microsoft stream und gelangen nun in diese übersicht nun haben wir zugriff auf unser video und des weiteren haben wir hier auch noch weitere möglichkeiten nun ist das ganze hier eingeschränkt wir können das ganze einmal teilen zu einer watchlist hinzufügen gefällt mir das was ihr auch zb von youtube kennt unter den weiteren optionen haben wir dann die möglichkeit das ganze noch mal zu bearbeiten zu schneiden bei dem schneiden sei aber gesagt in stream haben wir nur die möglichkeit am anfang oder am ende etwas wegzuschneiden in der mitte können wir das nicht wir können das video einmal ersetzen wenn wir ein anderes ein aktuelleres oder besseres video haben wir können das ganze natürlich herunterladen einer gruppe oder kanal zu fügen je nachdem wie ihr euren firmen stream aufgebaut habt um das ganze nun jetzt auch der allgemeinheit zur verfügung zu stellen könnten wir jetzt die video details aktualisieren im endeffekt ist das nichts anderes als video bearbeiten und wie ihr seht haben wir dann hier die möglichkeit den titel zu ändern eine beschreibung hinzuzufügen wir können hier einmal die videosprache auswählen haben den reiter hier wo wir eintragen können wer das ganze sehen kann wir können das nach berechtigung machen nach gruppen in teams wir können es aber auch der ganzen organisation zur verfügung stellen und hier haben wir auch noch des weiteren möglichkeiten das video noch ein wenig anzupassen wir können kommentare zulassen ganz interessant sind hier natürlich die untertitel somit können wir das video auch der breiten masse zur verfügung stellen und wir können auch weitere untertitel in anderen sprachen hochladen also wie ihr seht haben wir hier schon eine menge an verschiedener einstellungsmöglichkeiten ich springe jetzt einmal wieder zurück und wir werden uns noch einmal diesen part hier genau anschauen